Für mich ist das Besondere hier an der FH Münster, dass wir zwar BWL-Studenten sind, aber eben nicht nur eine Matrikelnummer haben, sondern auch ein Gesicht dazu. Das Studieren hier ist sehr praxisnah. Wir haben unsere eigenen Projekte und arbeiten in kleinen und größeren Gruppen. Wir bringen echte Veränderungen in Gang und können in größere Unternehmen reinschauen. Die Hauptargumente für den BWL-Studiengang an der FH Münster sind für mich definitiv die Praxisnähe, die Möglichkeiten ins Ausland zu gehen und die familiäre Atmosphäre hier. Hier an der FH kennt man seine Kommilitonen. Wir sind nicht ein Studiengang mit 900 Leuten. Sogar die Professoren kennen uns mit Gesicht und man kann einfach immer jeden ansprechen. Es sind zwei Sachen, die mir da besonders am Herzen liegen, die ich meinen Studierenden auch immer wieder Vermittler. Das ist erstens. Sie kommen in die Unternehmen, um dort Veränderungen herbeizuführen. Sie müssen das bei uns erworbene Wissen, was zum Teil in den Unternehmen noch nicht angekommen ist, dort reintragen und Veränderungen in den Unternehmen umsetzen. Und der zweite Punkt bezieht sich auf die Gesellschaft. Wir bilden hier die Absolventen nicht nur dafür aus, in Unternehmen tätig zu sein. Wir entlassen sie auch in die Gesellschaft. Wenn man sich die aktuelle Diskussion um Nachhaltigkeit und Umweltthemen anschaut, dann denke ich, es ist ganz besonders wichtig, dass auch BWLer sich intensiv damit beschäftigen. Also wir bei Klaas arbeiten unheimlich gerne mit Studierenden der FH Münster zusammen. Da ist eine gewisse Aufgewecktheit und ein sehr großes Grundinteresse an unserem Unternehmen, aber auch an unseren Fragestellungen mit dabei. Und dass die Studierenden auch ein Kompetenzniveau mitnehmen, was uns auch hilft, sie bei uns gut mit in das Alltagsgeschäft mit einzubauen und sie an Problemen arbeiten zu lassen, die uns beschäftigen. Nach fünf Semestern hier an der FH Münster bin ich wirklich froh, dass ich mich dafür entschieden habe. Am Anfang war ich unsicher, ob BWL das Richtige für mich ist, aber durch die ganze Praxisnähe und das Klima hier bin ich definitiv froh, dass ich es gemacht habe und habe die richtige Entscheidung getroffen. Von BWL fl quartiere Also, ob uns es die fundμο Vampires anало, ob uns diese Geräusche Achs. Untertitelung des ZDF, 2020